Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Game of Ben Und ja, willkommen zu Lennybock, die Demo-Version, Demo des ersten Kapitels Und es ist gerade so ein kleiner Internet-Hype kann man sagen Und zwar geht es generell in den Spielen nur darum, so lange wie möglich zu überleben Und dann habe ich mir gedacht so, hey, mal gucken, wie lange werde ich überleben? Geil! Ich bin gespannt Spielanleitung, die Hauptaufgabe ist es, so lange wie möglich zu überleben Hey, ja, ich gebe mir 10 Sekunden, 10 Sekunden gebe ich mir, okay? So, sie müssen genau zuhören, wo das Monster rennt und versuchen das Fenster rechtzeitig zu schließen Damit es nicht ins Haus klettern kann Ja, okay, ey, diese Demo ist unmöglich zu bestehen Diese Demo ist unmöglich zu bestehen Ja, ist klar, ne, ist klar So, wunderschönes Haus Oh Gott Der ist schon im Haustrad Ne, ist er hier rein? Ne Na, bleib, bleib, bleib So, was draußen bleib, habe ich gesagt Bin ich eines von diesen kleinen Schweinchen, eventuell? Was ist das? Das ist ein Knopf, oder? Verdammte Also, eine Minute und 24 ist jetzt so gesehen mein Highscore Äh, yo Ich glaube, der ist wieder hier, oder? Ne, der ist wieder auf der anderen Seite Sie kommen ja nicht rein Ja, nein, der ist halt los hier Eine Sekunde zu spät Ich glaube, er bleibt bei einer Minute 27 heute reich, glaube ich Was ist denn hier? Das für komische Fenster überhaupt, hä? Die Party ist abgesagt, sie können nach Hause gehen Nein, sie brauchen hier nicht einbrechen, ne Das ist mein Grundstück Sehe ich denn aus wie einer von den Kleinen, drei Kleinen, drei Schmeicheln, warte Von den drei kleinen Schmeicheln, meine Güte So rum Nein Boah, was soll ich nur machen, wenn er in die erste Etage geht? Oh Gott, oh Gott Ich muss Er ist in der erste Etage Gib mir zwei Minuten, ne Warum, du, du geisteskranker Monster, du Fuchs Waschbär Dickens Kirchner Okay Fast zwei Minuten durchgehalten Na, das ist mein Highscore heute Ich gebe mich damit schon zufrieden Fünf Minuten wäre doch ein bisschen zu viel Aber so, mein Highscore Damit gebe ich mich heute schon zufrieden Wie gesagt, das Spiel könnt ihr euch gerne kostenfrei downloaden Alles findet ihr natürlich wieder in der Videobeschreibung Und hoffe, das Ganze hat euch gefallen Ähm, wie gesagt Ihr könnt auch gerne mal in den Kommentaren mit reinschreiben Wie lange habt ihr durchgehalten? Ich bin gespannt Also, wenn ihr auch Let's Player seid Ich gucke mir auch gerne die Videos an Natürlich Müsst ihr bloß mal posten So gesehen in den Kommentaren Gucke ich mir auf jeden Fall an Und, äh, ja Hoffe das Ganze hat euch gefallen Wenn ja, Video liken, kommentieren Ohne rechts Abonniere Button Raufclashen, dashen, smashen Damit ihr nichts mehr passt Von mir, Game of Band Und bis zum nächsten Mal Bleibt gesund Flauschig Und natürlich Immer schön weiter zocken Also Haut's rein Aber Alf hat das Spiel auch toll gefallen Ich glaube, ich spiele das nochmal mit Alf später Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.